Hallo, ich bin Bernd Wann von Fraktus, Techno-Pionier, Fashion-Victim und Optiker for Life. Ich zeige Ihnen jetzt, was ich persönlich, privat am liebsten mag. Bananen! Die geniale Dschungelwurst kommt traditionell im eigenen Softpack und hat eigentlich nur einen einzigen Nachteil. Wenn ich mir zu Hause eine Banane schäle, dann überdehne ich doch den Bananenhals so weit nach hinten, bis hier vorne am Hals die Schale platzt. Dabei wird nur leider das kleine weiße Bananenköpfchen fürchterlich zerquetscht. Und genau das finde ich fürchterlich eklig. Eigentlich bräuchte man dafür eine, hm, eine, genau, eine Säge. Entschuldigung, kann ich mir mal kurz Ihre Bananensäge leihen? Sie haben keine? Ich aber. Die neue Fraktus-Bananensäge. Einmal kurz über den Bananenhals gesägt und schon schält sich die Banane wie von selbst. Die Fraktus-Bananensäge sollten Sie sich sofort bestellen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800, dreimal die 2, zweimal die 3, 2481, die 12, die 14 und dreimal die 18. Dreimal die 8, 10. Dreimal die 80. Nein, dreimal die 8, 10. Dreimal die 8 und wahrscheinlich keinmal die 10. Nein, egal. Rufen Sie da jetzt sofort an. Da geht garantiert jemand dran, weil die Nummer ist ja vom Prinzip her richtig. Ich habe sie nur jetzt gerade einmal falsch gesagt. Oh, weh, 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 oh, oh, weh, oh. Oh, weh, oh, weh, oh, weh, oh. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Vielen Dank.